Hast du dich jemals beim Grübeln erwischt und dich gefragt, was es eigentlich mit unserer Realität auf sich hat? Falls ja, bist du in guter Gesellschaft, denn genau dieses Thema wollen wir heute aufdecken. Begib dich mit mir auf eine spannende Entdeckungsreise, um die Mysterien zu entschlüsseln, die hinter dem Funktionieren unserer Realität stehen. Es geht hierbei nicht nur um intellektuelle Spielereien. Es geht um das Erschließen einer Kraft, von deren Existenz du vielleicht bisher nichts geahnt hast. Stell dir vor, irgendwo existiert eine Version von dir, die alles erreicht hat. Das Leben, den Erfolg, das Glück, nachdem du dich sehnst. Ziemlich faszinierend, oder? Der Knackpunkt ist, dass das Begreifen der elementaren Prinzipien von Kreation und Manifestation aufzeigt, dass all deine Sehnsüchte bereits in dem unermesslichen Ozean der Möglichkeiten existieren, den wir das Quantenfeld nennen. Falls das jetzt zu esoterisch klingt, bleib dran. Zu realisieren, dass deine Wünsche nicht bloß ferne Träumereien, sondern handfeste Realitäten sind, die nur darauf warten, von dir in deine Welt gezogen zu werden, kann ein echter Augenöffner sein. Es geht darum, die Spielregeln des Universums zu verstehen und sie zu deinem Vorteil zu nutzen. Fast so, als hättest du die Schummelcodes für das Lebensspiel in der Hand. Deine Gedanken, Überzeugungen und Gefühle sind nicht einfach nur flüchtige Erscheinungen. Sie sind vielmehr Signale, die du ins Quantenfeld sendest, die sich vermengen und Einfluss darauf nehmen, was du letztlich in deinem Leben manifestierst. Indem du deine innere Welt, deine Gedanken, Energien und Aktionen mit dem Leben, das du dir wünschst, in Einklang bringst, sendest du praktisch eine Einladung an diese Wunschrealitäten, Teil deiner eigenen zu werden. Diese Perspektive wandelt das Gefühl, stets zu spät und zu kurz zu kommen, in die Sichtweise um, dass das Leben ein Buffet voller unendlicher Möglichkeiten ist. Auf einmal wirken deine Träume und Wünsche nicht mehr so unerreichbar. Du musst dich nicht abmühen, ihnen hinterherzulaufen. Vielmehr kannst du sie wie durch einen Magneten anziehen, indem du sicherstellst, dass du auf ihrer Wellenlänge schwingst. Bist du also bereit, das Gefühl der Asynchronität mit deinen Träumen hinter dir zu lassen und stattdessen in die Poleposition zu wechseln, um direkt auf sie zuzusteuern? Lass uns zusammen erforschen, wie wir das anstellen können. Das Eintauchen in die Idee, dass wir unsere eigene Realität erschaffen können, ist vergleichbar mit dem Aufstoßen einer Tür zu einer unbekannten, aufregenden Dimension. Es ist diese packende Vorstellung, dass unsere Gedanken und Gefühle weit mehr sind als nur leises Gemurmel im Hinterkopf. Sie sind kraftvolle Instrumente, die unser Dasein prägen können. Stelle dir vor, alles, was du dir je ersehnt hast, schwebt in einem Ozean aus unbegrenzten Möglichkeiten und wartet nur darauf, von dir eingefangen zu werden. Das ist das Herzstück des Konzepts der Manifestation. Wir agieren quasi als kosmische Baumeister, die die Lücke zwischen der unsichtbaren Welt des unendlichen Potenzials und unserer greifbaren Realität überbrücken. Wie bewerkstelligen wir das? Indem wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Emotionen auf jene Aspekte lenken, die wir zum Leben erwecken möchten. Es ist, als würden wir uns auf eine spezifische Radiowelle einstellen, wobei unsere Gedanken und Gefühle das Drehknopf sind und das, was wir manifestieren möchten, die Musik, die wir abspielen wollen. Betrachte einmal, wie deine Laune sich mit deinen Gedanken verändert. Ist dir das schon bewusst geworden? Hier zeigt sich, wie essentiell es ist, unsere inneren Dialoge positiv und stärkend zu gestalten. Indem wir unsere Gedanken auf das fokussieren, was wir in unser Leben ziehen möchten und diese Gedanken mit den entsprechenden Emotionen aufladen, stimmen wir uns im Grunde auf die beste Version unserer Selbst ein, die Version, die in einer Welt voller Möglichkeiten lebt. Diese Einsicht wandelt uns von unbeteiligten Zuschauern in aktive Schöpfer unseres Schicksals. Es geht darum, in die Tiefen einzutauchen, wie unsere Überzeugungen, angereichert mit einem Schuss Fantasie, unsere Wirklichkeit formen. Es ist, als würde man den alltäglichen Arbeitsalltag gegen die Aufregung eines exotischen Urlaubs eintauschen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen zu diesen Szenarien prägen unsere Erfahrungen und zwingen uns oft in eine Ecke, aus der wir wegen unserer selbst auferlegten Beschränkungen nicht herausblicken können. Doch hier liegt der Kniff. Indem wir diese Fesseln sprengen und uns in dem Gefühl sonnen, unsere Wünsche seien bereits erfüllt, kehren wir das Blatt. Unsere Aufmerksamkeit von dem Mangel abzuwenden und auf den angestrebten Überfluss zu richten, stimmt uns auf die Frequenz dieser optimalen Version von uns selbst ein und macht das, was wie ein weit entfernter Traum wirkte, plötzlich greifbarer. An uns zu glauben, unsere Fantasie zu befreien und am Ball zu bleiben, selbst wenn es hart auf hart kommt, eröffnet uns eine Welt jenseits der starren Grenzen unserer konditionierten Gedanken. Was wir in der Stille unserer Gedanken über uns selbst glauben, manifestiert sich auf die ein oder andere Weise in unserem Leben. Diese Erkenntnis ist nicht nur ermächtigend, sie ist umwandelnd. Sie ermöglicht es uns, uns von den Fesseln des Nichtkönnens und des Unmöglichen zu befreien, in unser grenzenloses Potenzial einzutauchen und aktiv an der Gestaltung unserer Realität in Einklang mit dem Universum mitzuwirken. Wenn wir über die Macht von Annahmen und Ausdauer sprechen, schwingen wir im Einklang mit den leeren spiritueller Meister wie Neville Goddard. Die Botschaft ist, dass selbst die kühnsten Annahmen, festgehalten mit unerschütterlichem Glauben, Wirklichkeit werden können. Es ist ein Hinweis darauf, wie unsere tiefsten Überzeugungen, oft durch beiläufige Bemerkungen oder tief verwurzelte gesellschaftliche Normen geformt, unser Leben auf unvorstellbare Weise prägen können. Indem wir also bewusst unsere Annahmen wählen und sie mit Beständigkeit pflegen, sind wir nicht nur passive Beobachter unseres Lebens, sondern aktive Gestalter, die jede Erfahrung durch jeden Gedanken und jede Überzeugung formen. In dieser inspirierenden Botschaft werden wir daran erinnert, dass es in unserer Macht steht, die Wirklichkeit nach unseren Vorstellungen zu formen. Die Idee, dass unsere Hoffnungen und Träume, die vielleicht als einfache Gedanken beginnen, durch unseren Glauben und unsere Beständigkeit Wirklichkeit werden können, ist eine mächtige. Diese Sichtweise ändert das Narrativ von einer Existenz, die von äußeren Umständen beherrscht wird, zu einem Leben, in dem wir als bewusste Gestalter unseres Schicksals agieren. Es geht nicht darum, sich von den Ereignissen um uns herum beeinflussen zu lassen, sondern in der Klarheit unserer Visionen zu verharren und auf die bemerkenswerte Fähigkeit unseres Geistes zu vertrauen, Veränderungen zu bewirken. Wenn wir unsere Gedanken und Intentionen gezielt auf die Ergebnisse richten, die wir ersehnen, legen wir den Grundstein dafür, dass sich diese Vorstellungen in unserem Leben manifestieren. Es ist vergleichbar damit, Samen zu säen in der festen Überzeugung, dass sie aufgehen werden, sofern wir sie mit der richtigen Einstellung und Ausdauer pflegen. Diese Herangehensweise lädt uns ein, unsere tief verankerten Überzeugungen zu hinterfragen und jene auszuwählen, die unsere Ziele unterstützen und uns dabei auf die wandelnde Kraft unserer Vorstellung und Hartnäckigkeit zu verlassen. Auf diesem Pfad des bewussten Erschaffens sind wir dazu aufgerufen, unsere bestehenden Glaubenssätze und Annahmen zu evaluieren. Fördern sie unser Vorankommen oder bremsen sie uns. Mit diesem Wissen können wir beginnen, limitierende Überzeugungen abzulegen und durch solche zu ersetzen, die unsere Visionen der Zukunft nähren und stärken. Die Reise ist von Durchhaltevermögen gezeichnet. An den Überzeugungen, die wir uns auserkoren haben, auch im Angesicht von Zweifeln oder Widerständen festzuhalten, verankert diese tief in unserem Unterbewusstsein. Diese ermächtigenden Glaubenssätze regelmäßig zu bekräftigen, festigt unseren Glauben an ihre Verwirklichung und führt sie schrittweise in unsere physische Realität über. Es ist von größter Bedeutung, sich diesem Prozess mit Geduld und Selbstmitgefühl zu nähern und anzuerkennen, dass Transformation Zeit braucht. Indem wir diese ermächtigenden Glaubenssätze behutsam hegen, vertiefen wir unser Selbstverständnis und stimmen uns feiner auf unsere echten Sehnsüchte ein, indem wir in unsere Rolle als bewusste Schöpfer unseres Lebens treten. Durch die Anerkennung des unbegrenzten Potenzials unserer Gedanken und Überzeugungen ebnen wir uns einen Weg voller Freude, Wohlstand und Erfüllung. Diese Reise lehrt uns ebenso über die Bedeutung von Zeit und Glauben im Prozess der Manifestation. Unsere herkömmliche Auffassung von Zeit stellt oftmals ein Hindernis für die unmittelbare Verwirklichung unserer Wünsche dar. Wir sind darauf konditioniert, Zeit als linearen Verlauf zu begreifen, was eine zeitliche Distanz zwischen unseren Sehnsüchten und deren Manifestation schafft. Wenn wir jedoch das Gefühl, unsere Wünsche seien bereits in diesem Moment erfüllt, vollständig annehmen, öffnen wir uns für die Möglichkeit der unmittelbaren Manifestation auf mentaler Ebene. Diese sofortige Verwirklichung in der Welt der Vorstellungen muss dann durch unsere Zeitvorstellungen navigieren, um sich in unserer physischen Realität zu materialisieren. Diese Zeitvorstellungen zu erkennen und anzupassen, kann die Kluft überbrücken und unsere Träume aus dem Reich des Möglichen in die greifbare Wirklichkeit überführen. Die lineare Auffassung von Zeit, die uns auf eine geradlinige Reise von einem Ausgangspunkt zu einem Ziel führt, bringt oft die Erwartung mit sich, dass Ereignisse sich in einer bestimmten Art und Weise und innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens entfalten sollen. Wir neigen dazu zu glauben, dass jeder von uns gesetzte Samen nach einem einheitlichen Schema keimt, obwohl in Wirklichkeit jede Pflanze, ähnlich unseren Wünschen im Prozess der Manifestation, ihren eigenen, individuellen Wachstumszyklus durchläuft. Jeder Wunsch benötigt seine eigene Inkubationszeit, bis er in unserer physischen Realität Gestalt annimmt. Wenn wir jedoch einen Zustand innerer Erfüllung erreichen, in dem die Realisierung unserer Träume genauso befriedigend ist, wie das Genießen einer nahhaften Mahlzeit, verringert sich das drängende Bedürfnis nach ihrer materiellen Manifestation. Diese innere Zufriedenheit und Loslösung ebnet den Weg für die Verwirklichung unserer Träume und ermöglicht es uns, über zeitliche Begrenzungen hinauszugehen und uns mit dem kreativen Strom des Universums zu synchronisieren. Doch wie steht es um die Frage des freien Willens? Neville Goddard, eine Schlüsselfigur im Bereich der Manifestationslehre, bietet eine aufschlussreiche Perspektive. Er postuliert, dass wir zwar die Freiheit haben, unsere Träume und die dahinterstehenden Annahmen zu wählen, jedoch nicht die Autorität besitzen, das Entfalten dieser Träume zu diktieren. Es ähnelt dem Setzen von Segeln auf einem Schiff. Wir bestimmen die Richtung, aber Wind und Wellen, die universellen Kräfte, spielen eine entscheidende Rolle bei unserer Reise. Goddard empfiehlt unseren festen Griff um die Details, das Wie und Wann unserer Träume die Wirklichkeit werden, zu lockern. Unsere Rolle besteht darin, die Samen unserer Wünsche mit Zuversicht zu säen und das Universum die Details ausarbeiten zu lassen. Er verdeutlicht, dass die Verwirklichung unserer Ziele nicht immer einem exakten Plan folgt. Erfolg stellt sich häufig durch ein Geflecht von Ereignissen und Zufälligkeiten ein, die wie durch Magie zusammenwirken, was illustriert, dass der Pfad der Manifestation ein gemeinschaftlicher Tanz zwischen unseren Intentionen und den geheimnisvollen Wegen des Universums ist. Goddards Gesetz der Annahme mahnt uns, dass das Universum keine Vorlieben hat. Es reflektiert das, worauf wir uns konzentrieren, sei es positiv oder negativ. Dies unterstreicht die essentielle Notwendigkeit, unsere Gedanken und Überzeugungen zu überwachen, da sie die Baumeister unserer Realität sind. Die Erkenntnis, dass wir volle Kontrolle über unsere Entscheidungen, jedoch nicht unbedingt über die Ergebnisse haben, hebt die Wichtigkeit bewusster Entscheidungen hervor. Indem wir unsere Wünsche mit unseren tiefsten Werten abstimmen und uns der Weisheit des Universums anvertrauen, öffnen wir die Tür zu einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten und umarmen die wahre Natur der Schöpfung und Manifestation. Das Prinzip, jeder ist du nach außen projiziert, wirft ein faszinierendes Licht darauf, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und interagieren und suggeriert, dass die Art und Weise, wie wir andere sehen und mit ihnen umgehen, letztlich ein Spiegelbild unserer eigenen inneren Überzeugungen und Annahmen ist. Es ist vergleichbar mit dem Tragen einer gefärbten Brille. Die Tönung der Gläser bestimmt unsere Sicht auf die Welt. Wenn wir also anderen mit der Erwartung von Negativität oder Konflikt begegnen, neigen wir dazu, genau das zu erleben. Umgekehrt führt eine Haltung, die von positiven Intentionen und der Annahme des Guten im Anderen ausgeht, eher zu positiven Begegnungen. Dies zwingt uns, unsere eigenen Vorstellungen kritisch zu überdenken und zu erkennen, dass wir durch eine Veränderung unserer Perspektive die Qualität unserer Beziehungen und Interaktionen maßgeblich beeinflussen können. Betrachten wir zum Beispiel die Vorbereitung auf eine Auseinandersetzung mit jemandem, von dem wir annehmen, dass er uns gegenüber feindselig eingestellt ist. Unsere defensive Haltung könnte paradoxerweise genau die Feindseligkeit hervorrufen, die wir zu vermeiden suchten. Wenn wir uns jedoch mit Offenheit und der Bereitschaft zu einem konstruktiven Austausch nähern, könnte das Ergebnis viel positiver ausfallen, als wir es erwartet hätten. Diese Erkenntnis unterstreicht nicht nur die Macht positiven Denkens, sondern lädt uns auch dazu ein, unsere sozialen Beziehungen aktiv durch die Anpassung unserer inneren Einstellungen und Erwartungen zu gestalten. Die eigene Geschichte Neville Goddards, während des Zweiten Weltkriegs, dient als eindrucksvolles Beispiel für die Anwendung dieses Konzepts. Konfrontiert mit der bedrückenden Realität des Krieges, weigerte sich Neville, sich seinem scheinbaren Schicksal zu ergeben. Stattdessen vertiefte er sich in seine Vorstellungskraft und visualisierte sich nicht auf dem Schlachtfeld, sondern sicher zu Hause BE seiner Familie. Diese Vision lebte er nicht nur als Tagtraum, sondern er vertiefte sich so intensiv in diese Vorstellung, dass sie für ihn unzweifelhaft real wurde. Es handelte sich hierbei nicht um bloßes Wunschdenken, sondern um eine bewusste und fokussierte Anwendung der Vorstellungskraft, die mit fester Überzeugung immer wieder praktiziert wurde, bis sich die äußere Realität seiner inneren Vision unterordnete und in seiner überraschenden Entlassung mündete. Diese Geschichte ist weit mehr als eine außergewöhnliche Kriegserzählung. Sie dient als Beleg für den tiefgreifenden Einfluss unserer inneren Welt auf unsere äußeren Lebensumstände. Neville's Erlebnis verdeutlicht, dass selbst in Situationen, die außerhalb unseres direkten Einflussbereichs zu liegen scheinen, die konsistente und lebendige Anwendung unserer Vorstellungskraft zu bemerkenswerten Resultaten führen kann. Es verstärkt die Vorstellung, dass unsere persönliche Realität kein starres Gebilde ist, sondern ein formbarer Raum, der von unseren Wahrnehmungen, Glaubenssätzen und den Narrativen, die wir uns selbst erzählen, geprägt wird. Indem wir unsere Vorstellungskraft zielgerichtet einsetzen und einen unerschütterlichen Glauben an die von uns angestrebten Ergebnisse bewahren, können wir selbst unter schwierigsten Bedingungen mit Anmut und Zielstrebigkeit agieren und eine Wirklichkeit erschaffen, die in Einklang mit unseren tiefsten Wünschen steht. Die Idee, dass Zeit eine Illusion sein könnte, ein Konstrukt des Verstandes, um unserem dreidimensionalen Sein Struktur zu geben, ist eine tiefgründige und möglicherweise befreiende Vorstellung. Sie fordert uns heraus, unsere Beziehung zu dem, was wir als Vergangenheit und Zukunft betrachten, neu zu überdenken und legt nahe, dass das einzig wahre Existierende das ewige Jetzt ist. Diese Sichtweise motiviert uns, die Bedeutung, die wir vergangenen Reuegefühlen und zukünftigen Ängsten beimessen, zu hinterfragen und zu erkennen, dass alles, was wir tatsächlich erleben, sich im gegenwärtigen Augenblick abspielt. Diese Erkenntnis kann außerordentlich befreiend wirken. Sie inspiriert uns, die Last vergangener Fehltritte und die Furcht vor zukünftigen Ereignissen abzuwerfen und stattdessen das enorme Potenzial des gegenwärtigen Moments zu umarmen. In diesem Augenblick, genau jetzt, besitzen wir die Kraft, unsere Wirklichkeit zu gestalten. Indem wir uns voll und ganz auf die Gegenwart einlassen und unsere Vorstellungskraft einsetzen, um die von uns ersehnte Realität lebendig zu visualisieren, sind wir nicht nur Träumer. Wir beteiligen uns aktiv am Schöpfungsprozess unserer Erfahrungen, indem wir unsere Wünsche in das Jetzt einweben, was wiederum deren Manifestation in unserer physischen Welt beeinflusst. Durch die Annahme dieser Perspektive können wir über die Narben vergangener Verletzungen und die Schatten zukünftiger Unsicherheiten hinausgehen und uns ermächtigen, im gegenwärtigen Moment vollständiger zu leben. Hier, in der Reichhaltigkeit des Jetzt, schöpfen wir die wahre Kraft unserer Gedanken und Gefühle aus und weben den Stoff unserer Erfahrungen mit den Fäden unserer tiefsten Intentionen und Sehnsüchte. In Zeiten globaler Herausforderungen wie Kriegen und umfangreichen Krisen nimmt das Prinzip des individuellen Erwachens eine breitere kollektive Bedeutung an. Obwohl jeder von uns die Fähigkeit hat, seine persönliche Realität zu formen, kann das kollektive Bewusstsein, das von jenen geprägt wird, die sich ihrer inhärenten Macht nicht bewusst sind, zu tumultartigen Ereignissen führen, die von Angst, Mangel und Egoismus angetrieben werden. Diese kollektiven Herausforderungen spiegeln nicht nur individuelle Ängste wider, sondern auch die aggregierten Befürchtungen und Wünsche der Menschheit im größeren Maßstab. Diese Dualität betont die Bedeutung des individuellen Erwachens nicht nur für die persönliche Transformation, sondern auch als Katalysator für weitreichende gesellschaftliche und globale Veränderungen. Wenn immer mehr Menschen zu der Erkenntnis erwachen, dass sie durch ihre Gedanken und Gefühle die Realität beeinflussen können, beginnt sich das kollektive Bewusstsein zu wandeln. Dieser Wandel birgt die Hoffnung, von Mustern des Konflikts und Mangels zu einer Realität überzugehen, die von Frieden, Fülle und einem tieferen Verständnis unserer gegenseitigen Verbundenheit geprägt ist. Somit wird die individuelle Reise des Erwachens zu einer entscheidenden Kraft für positive Veränderungen, die nicht nur die persönlichen Erfahrungen prägt, sondern auch das größere Gefüge der menschlichen Existenz nachhaltig beeinflusst. Aus dieser Betrachtungsweise lassen sich die Ursprünge von Kriegen und Konflikten auf eine kollektive Mentalität zurückführen, die von Individuen geprägt ist, die noch nicht in Kontakt mit ihrer inneren Stärke und ihrer Verbindung zum Universum getreten sind. Beeinflusst von einem Gefühl der Knappheit und dem Drang zur Dominanz tragen diese Individuen zu einer Welt bei, die von Zwiespalt und Konkurrenz gezeichnet ist, angetrieben von der Furcht, dass Ressourcen und Glück begrenzt seien. Im Gegensatz dazu steht eine Gruppe von Menschen, die in ihr tieferes Selbst eingedrungen sind und die Prinzipien der Manifestation begreifen. Diese erwachten Seelen gestalten ihr Leben aus einem Zustand der Fülle und des Mitgefühls heraus, im vollen Bewusstsein darüber, dass die Realität, die sie erfahren, eine direkte Reflexion ihres inneren Zustandes ist. Das Beispiel Neville Goddard, der durch die Macht seiner Vorstellungskraft und seines unerschütterlichen Willens in der Lage war, sich aus den Zwängen des Zweiten Weltkriegs zu befreien, veranschaulicht eindrucksvoll, wie Individuen, die sich ihrer wahren Macht bewusst sind, selbst inmitten weit verbreiteter Turbulenzen und den Oasen des Friedens und des Wohlstands erschaffen können. Der Schlüssel liegt in ihrer Fähigkeit, fest in ihren Intentionen verwurzelt zu bleiben und Erfahrungen zu kultivieren, die mit Liebe und Überfluss und nicht mit Angst und Mangel im Einklang stehen. Das Potenzial eines erwachten Individuums, das kollektive Bewusstsein positiv zu beeinflussen, ist enorm. Indem sie Prinzipien der Liebe, des Überflusses und des Friedens verkörpern, können sie als Leuchtfeuer fungieren und andere dazu inspirieren, ihr eigenes Potenzial zu entdecken und freizusetzen. Dieser Dominoeffekt birgt die Möglichkeit, das Kollektiv schrittweise zu einer harmonischeren Existenz zu führen. Mit der zunehmenden Verbreitung des Erwachens rückt die Vision einer transformierten Gesellschaft näher einer Gesellschaft, die unsere höchsten Ideale und die Verbundenheit untereinander widerspiegelt. Diese Bewegung hin zu kollektiver Erleuchtung ist keine bloße Fantasie, sondern eine erreichbare Realität, die vom weltweiten Erwachen des individuellen Bewusstseins abhängt. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die Vorstellung einer utopischen Gesellschaft, so verführerisch sie auch sein mag, die wesentliche Natur unserer Existenz verkennt. Das Leben, betrachtet als ein großes Spiel, durch das sich das Göttliche in uns manifestiert, ist dazu bestimmt, ein reiches Spektrum an Erfahrungen zu bieten, einschließlich sowohl Höhenflügen als auch Herausforderungen. Wir inkarnieren in diese Welt, um uns in dieses Abenteuer zu stürzen und die gesamte Bandbreite an Emotionen und Herausforderungen, die es mit sich bringt, zu umarmen. Das Vergessen unserer göttlichen Herkunft ist kein Fehler, sondern ein wesentliches Element, das Authentizität und Spannung in unsere Reise bringt und jeden Erfolg und jede Herausforderung zu einer echten Gelegenheit für Wachstum macht. In diesem kosmischen Spiel mag unser freier Wille nicht ausreichen, um jede Kleinigkeit unserer Realität zu kontrollieren. Doch sind wir befähigt, unsere Pfade zu wählen und so die Erzählung unseres Lebens zu beeinflussen. Die Erkenntnis unserer Rolle als Gestalter unserer individuellen Geschichten ermächtigt uns, Entscheidungen zu treffen, die mit unseren tiefsten Sehnsüchten im Einklang stehen und unsere Reise durch das Leben bereichern. Diese tiefe Erkenntnis, dass wir als souveräne Wesen unseren Weg eigenständig gestalten können, verändert grundlegend unsere Erfahrung des Lebens. Mit diesem erweiterten Selbstverständnis durch das Leben zu gehen, ermöglicht es uns zu erkennen, wie das Universum auf unsere Absichten reagiert, indem es Ereignisse und sogenannte Zufälle orchestriert, die zu passend sind, um als bloßer Zufall abgetan zu werden. Es scheint, als ob das Universum selbst in einem Dialog mit uns steht, unseren inneren Zustand und unsere Intentionen widerspiegelt und mit uns zusammenwirkt, um unsere tiefsten Wünsche in die Realität umzusetzen. Diese Perspektive zeichnet das Leben als ein grandioses Abenteuer, in dem wir sowohl Teilnehmer als auch Architekten sind. Unsere Entscheidungen und Handlungen sind nicht nur individuelle Präferenzen. Sie sind bedeutende Pinselstriche auf der Leinwand des Seins, die zu einem umfassenderen göttlichen Mosaik beitragen. Jeder Augenblick, jede Entscheidung stellt einen Akt der Schöpfung dar, eine Chance, den Verlauf unseres Lebens und damit die kollektive menschliche Erfahrung zu lenken. In diesem universellen Spiel sind wir nicht lediglich ziellos um herschweifende Figuren, sondern bewusste Entitäten, ausgestattet mit der Fähigkeit, die Komplexitäten des Daseins mit Absicht und Ziel zu durchsteuern. Unsere Reise stellt mehr dar als eine Abfolge zufälliger Ereignisse. Sie ist ein Entwicklungsweg, ein Prozess des Werdens, der uns dazu bringt, unsere wahre Natur als Manifestation des Göttlichen zu entdecken. Das Leben wird unter diesem Blickwinkel nicht als ein vorherbestimmtes Drehbuch gesehen, sondern als ein dynamisches Interplay des Bewusstseins, in dem unser freier Wille und göttliche Lenkung zusammenfließen, um eine sich stetig entfaltende und expandierende Realität zu erschaffen. Es handelt sich um einen Tanz der Co-Kreation mit dem Universum, in dem unsere persönlichen Geschichten mit der umfassenderen Erzählung der Existenz verwoben sind, wobei jeder Einzelne eine entscheidende Rolle in der Entfaltung des großen göttlichen Dramas spielt. Während wir dieses Kapitel unserer gemeinsamen Reise schließen, möchte ich Ihnen für Ihre offenen Herzen und wachen Geister Es ist ein Privileg, diese Momente des Erwachens und der Einsicht mit Ihnen zu teilen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die heute geteilten Gedanken einen Akkord in Ihnen zum Schwingen gebracht haben, würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre Reise mit uns fortsetzen. Ein stillschweigendes Nicken, ein leises Zeichen der Zustimmung durch ein Gefällt mir oder ein geteilter Gedanke in den Kommentaren kann unsere Gemeinschaft bereichern und stärken. Und wenn Sie den Wunsch verspüren, bei zukünftigen Entdeckungen an unserer Seite zu bleiben, erlauben Sie sich, den Weg der Verbindung durch ein Abonnement zu beschreiten. Bis zu unserem nächsten Treffen möge jeder Schritt Sie näher zu Ihrem wahren Selbst führen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk,